Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Döbele. Ich werde heute bei meiner Probandin hier eine Standard-Kniegelenksuntersuchung demonstrieren. Wir fangen eigentlich damit an, dass wir das Ganze inspizieren. Wir können die Beinachse grob abschätzen. Hier in dem Fall liegt eine gerade Beinachse vor. Wir palpieren das Kniegelenk, schauen ob ein Kniegelenkserguss vorhanden ist. Auch in dem Fall ist kein Kniegelenkserguss vorhanden. Hier gibt es das Zeichen der tanzenden Patella, indem man den oberen Rezessus ausstreicht und dann einfach schaut, ob die Patella so leicht wippt. Das ist in dem Fall nicht der Fall. Dann gehen wir weiter. Also das Ausstreichen des oberen Rezessus und hier kann man dann mit leichten Drücken auf die Patella sehen, ob ein Kniegelenkserguss vorhanden ist. Wenn dieser vorhanden ist, dann tanzt die Patella leicht. Das ist auch das Zeichen der tanzenden Patella. Dann gehen wir weiter. Wir schauen uns die Beweglichkeit der Patella an. In dem Fall kann man einfach mal schauen, ob die Patella normal läuft in der Trochlea bzw. oberhalb der Trochlea. Das ist in diesem Fall der Fall. Die Patella ist ganz normal beweglich. Es gibt dann dieses Zohlenzeichen, bei dem man einen retropatellaren Knorpelschaden detektieren kann. Das Zohlenzeichen ist auch so, dass man die Patella mit beiden Händen mit Zeigefinger und Daumen fest umfasst und dann leicht hin und her bewegt. Wenn das Zohlenzeichen positiv ist, würde das dann dem Patienten Schmerzen bereiten, was aber in diesem Fall auch nicht der Fall ist. Was mich als nächstes interessiert, sind die Meniszi, medialer Meniszi oder Innenmeniskus und Außenmeniskus. Hier habe ich verschiedene Tests. Steinmann I Test, Steinmann II und den McMurray Test. Hier ist allerdings so, da mache ich eine Kombination aus Steinmann I und McMurray Test. Ich nehme das Kniegelenk, also hier mit meiner rechten Hand nehme ich den Fuß, stütze das Ganze ab, versuche mit meiner linken Hand so ein bisschen eine axiale Kraft aufzubringen und jetzt rotiere ich das Ganze nach außen, also den Unterschenkel rotiere ich nach außen, kommt es nun zu Schmerzen im medialen Kompartiment, habe ich einen Hinweis für eine Innenmeniskuslesion. Ich drehe das Ganze nach außen, äh nach innen, Entschuldigung, meine Innendrehung des Unterschenkels, kommt es nun zu Schmerzen hier im Bereich vom Außenmeniskus Hinterhorn. So habe ich eine Außenmeniskus Hinterhorn Verletzung. Der eigentliche McMurray Test ist so, dass ich ganz in Beugung gehe und dann auch eine Außenrotation mache und dann langsam in Streckung gehe. Das macht quasi ein Zeichen für eine Innenmeniskuslesion, wenn es hier zu Schmerzen kommt und das Ganze auch für den Außenmeniskus. Ich gehe ganz in Beugung, mache eine Innendrehung vom Unterschenkel oder Innendrehung vom Unterschenkel, gehe dann in die Streckung. Wenn es nun zu Schmerzen hier in dem Bereich kommt, habe ich einen Hinweis für eine Außenmeniskuslesion. Dann gehen wir weiter zum hinteren Kreuzband. Hier stelle ich das Kniegelenk auf in 90 Grad. Ich setze mich jetzt hier auf den Fuß drauf und drücke das Tibia Plateau nach hinten. Auch hier ganz locker lassen bitte. Dann habe ich auch hier einen harten Anschlag nach Dorsal. Das heißt, das hintere Kreuzband ist intakt in dem Fall. Ich habe nun die Bandstabilität getestet. Genau, dann kommen wir zur Beurteilung der Meniszi, also Innenmeniskus und Außenmeniskus. Hier gibt es eigentlich drei verschiedene oder verschiedene Tests. Steinmann 1, Steinmann 2 oder McMurray-Test. Hier werde ich einfach einen ganz pragmatischen Test vorführen. Das ist der Steinmann 1-Test. Hier nimmt man das Kniegelenk in etwa 90 Grad. Man nimmt die rechte Hand unter den Fuß. Man kann mit der linken Hand das Kniegelenk umfassen und indem ich jetzt quasi hier eine Außendrehung des Unterschenkels mache, kann es zu Schmerzen im Bereich des Innenmeniskus-Hinterhorn kommen. Wenn ich eine Innendrehung mache, kommt es hier zu Schmerzen im Bereich des Außenmeniskus-Hinterhorns. Ein anderer Test wäre der McMurray-Test. Hier gehe ich in komplette Beugung und werde auch genau die gleichen Bewegungen durchführen. Einmal Außenbewegung, hier kommt es dann eventuell zu Schmerzen im Innenmeniskus-Hinterhorn. Ich muss das Ganze dann unter Druck in die Extension bringen. So kann das bei positiven Zeichen zu einem Wandern des Schmerzens kommen und quasi das Gleiche auch für den Außenmeniskus. Ganz in Beugung eine Innenrotation des Unterschenkels und gehe dann in Extension. Wenn ein positives Zeichen vorliegt, kommt es hier zu Schmerzen im Bereich des Außenmeniskus. Das war im Endeffekt die Knieuntersuchung. Das waren jetzt nur einige Tests, aber meines Erachtens sicherlich die wichtigsten Tests, mit denen man eine Knieinstabilität oder ein Knie insgesamt gut beurteilen kann. Vielen Dank fürs Zugucken.